Ob das nun Bildungsforscher, Lehrer oder Bildungspolitiker ist, so ein ziemlich von eigenen Erfahrungswissen irgendwie geprägt. Da hört man mal dahin, man hört mal da dorthin. So richtig klar ist die Situation nicht, wie groß die Lernrückstände sind, welche Gruppen besonders betroffen sind. Das bleibt doch alles sehr in Ungefähr. Und auch die Entscheidungen, die wir aktuell zu treffen haben, sind absolut unter Unsicherheit. Und das macht es auch gerade so schwierig. Es geht um eine soziale Benachteiligung. Die aller Orten eigentlich festzustellen ist und wo auch kein Bildungsforscher sich hinstellt und sagen würde, hey, ich erwarte hier, dass es nicht zu einer Spaltung, zu einer weiteren Spaltung gekommen ist. Die Eltern aus den sozial benachteiligten Schichten können den Kindern nicht besonders gut helfen im Allgemeinen, sind oftmals auch noch in Jobs eingebunden, wo sie nicht zu Hause sein können. Eben nicht der klassische Bürojob des Akademikers, wo es dann doch irgendwie nebenbei nochmal geht, sondern die Einzelhandelskauffrau, die eben nicht sagen kann, okay, ich bleibe jetzt zu Hause und kümmere mich um das Kind und so weiter. Und da gehen die Lücken halt immer größer auf. All diese Nachhilfeangebote, alles, was ich bis jetzt gehört habe, aus jedem Bundesland war immer die Prämisse, freiwillig, freiwillig, freiwillig. Und die Kinder, die die größten Probleme gerade hatten, das waren die ohnehin relativ wenig motiviert waren und die ohnehin relativ leistungsschwach waren. Das sind die aus den Studien, die wir dazu kennen, die sehr schlecht durch das Homeschooling gekommen sind. Und jetzt will ich, dass genau diese Kinder, die ohnehin total unmotiviert und keinen Bock mehr auf Schule haben, sich jetzt hinsetzen und sagen, hey, jetzt aber Nachhilfe im Sommer. Glaube ich keine Sekunde dran, dass ich die richtigen erreiche. Normalerweise müsste ich eigentlich ausgehen von der Situation, pass auf, wir haben ja ein halbes Jahr keinen regulären Unterricht gehabt, also kann ich auch nicht die Ziele dieses Schuljahres als quasi die Prämisse, als das normativ Richtige quasi ansehen, sondern muss mich fragen, wie kann ich eigentlich diese Prämisse wechseln quasi hin zu, wir müssen quasi an einem weniger hohen Niveau quasi ansetzen und müssen jetzt schauen, dass wir alle mitnehmen an der Stelle. Das führt nach allem, was wir eben schon ausgeführt haben, was die sozialen Benachteiligungen angeht, sollte zu massiven Ungleichgewichten zwischen den Schulen führen. Auf der einen Seite haben wir 70, 80 Prozent arme Kinder in manchen Schulen, in manchen Grundschulen. Das verschärft sich teilweise noch an den nicht-gymnasialen Schulformen, wo das noch höhere Werte annimmt. Von denen wissen wir eigentlich noch, also wir wissen nicht, wie groß die Lernrückstände sind, aber wir gehen davon aus, sie werden riesig sein halt so. Und wenn ich jetzt genau an diesen Schulen die Schüler sich nach dem verhalten, was sie eben nicht können, dann müssen sie eigentlich in großer Masse sitzen bleiben. Und dann wird auf einmal die jeweilige Einzelschule für eine riesige Herausforderung gestellt, dass von unten quasi Schüler nachkommen, von oben bleiben welche sitzen und das kann eine Schule alleine überhaupt nicht auffangen. Also das Risiko, was man da schulstrukturell geht, ist dermaßen hoch und dermaßen wenig voraussehbar. Wir machen jetzt full stop, wir konzentrieren uns auf den Stoff, den wir nicht geschafft haben, der nicht gefestigt ist, wiederholen das Ganze und gehen in diese Richtung. Und den müsste ich dann in das nächste Schuljahr rüberziehen und würde quasi an dieser Stelle wieder ansetzen. Dann habe ich natürlich das Problem, dass ich im nächsten Jahr eigentlich das mache, was ich in diesem Jahr hätte machen sollen. Und so schiebt sich das so ein Stück weit vor den Schülern, vor den Lehrkräften her. Dann sind zwei Hoffnungen damit verbunden. Nummer eins, dass Lehrer über einen längeren Zeitraum viel eher entscheiden können, vielleicht auch individuell entscheiden können. Das finde ich jetzt nicht so wichtig, das finde ich jetzt wichtiger. Auch die Ministerien, die da vielleicht nochmal Handreichungen geben. Okay, hier und da können wir vielleicht mal ein paar Abstriche machen und so sich das über den Schulverlauf ein Stück weit einpegelt und dass nur das wirklich Unwichtige, wenn man das so nennen kann, nicht gemacht wurde. Die Lehrkräfte, die finden das natürlich auch nicht wirklich lustig gerade, dass sie bestimmten Stoff eigentlich erreichen sollten. Auch kein Ministerium hat gesagt, hey, wir bremsen da mal quasi ein bisschen runter. Die sehen einfach, hey, ich habe noch so und so viele Kapitel in meinem Buch irgendwie durchzustehen und bin erst quasi am Viertel angelangt. Also es ist ein Druck auf alle Akteure gerade im System. Und die Einzigen, die das zurücknehmen könnten, aber es ist natürlich auch umfangreiche Entscheidungen, ist die Bildungspolitik. die eben sagen könnte, okay, Lehrplan wird ins nächste Jahr zum Beispiel reingeschoben, perspektivisch mit einer Schuljahresverlängerung in den weiteren Jahren gekoppelt, jahrgangsübergreifendes Lernen stärker zulassen, auch in den höheren Schulformen, in den Grundschulen passiert das teilweise. Das wären so die ersten Ansätze, würde ich sagen, wo man systematisch diesem Problem etwas Herr werden könnte. Also es ist ein Druck auf alle Akteure gerade im System. Und die Einzigen, die das zurücknehmen könnten, aber es ist natürlich auch umfangreiche Entscheidungen, ist die Bildungspolitik, die eben sagen könnte, okay, Lehrplan wird ins nächste Jahr zum Beispiel reingeschoben, perspektivisch mit einer Schuljahresverlängerung in den weiteren Jahren gekoppelt, jahrgangsübergreifendes Lernen stärker zulassen, auch in den höheren Schulformen, in den Grundschulen passiert das teilweise. Das wären so die ersten Ansätze, würde ich sagen, wo man systematisch diesem Problem etwas Herr werden könnte. Wenn ich am Ende sage, ich verlängere die Schulzeit und packe einfach nur den Stoff um, also quasi von dem jetzigen Schuljahr ins nächste Schuljahr ins darauffolgende und, 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 dann muss das nicht heißen, dass uns Schulstoff verloren gehen muss. Dann kann das eigentlich im regulären Schulbetrieb, könnten wir das eigentlich wieder aufholen. Und das ist eigentlich auch gewollt. Was ist die schlimmste anzunehmende Alternative, wenn ich sage, lasst uns mehr Zeit nehmen und on the long run ein weiteres Schuljahr oder ein weiteres halbes Schuljahr einführen? Was passiert uns da? Eigentlich passiert uns da relativ wenig. Wir müssen als System darauf reagieren, ein paar mehr Lehrkräfte einstellen oder ein paar mehr viele Lehrkräfte einstellen und ein paar Schüler werden sich langweilen, weil sie bestimmten Schulstoff dann schon zum zweiten Mal gehört haben. Die andere Alternative, wir fahren das System einfach so weiter und gucken, dass wir das irgendwie über Nachhilfe und dergleichen hinbekommen, dann ist die Gefahr riesengroß, dass die Schulabbrecherzahlen hochgehen, dass Leute schlechtere Abschlüsse schaffen, dass Kompetenz nicht erworben werden. Und das wird dazu führen, dass wir im Endeffekt schlechtere Lebenseinkommen, höhere Arbeitslosenquote bei diesen Personen, die schlechter durchgekommen sind. Und dann würde man von Corona-Schuljahren sprechen. Und ich glaube, wenn man diese Abwägung mal, was ist eigentlich die Konsequenz, welcher Alternative fährt, dann kann es eigentlich nur eine Antwort darauf geben. Vor über einem Jahr, im März 2020, da wurden die Schulen in Deutschland wegen der Pandemie erstmals geschlossen. Und nach wie vor bremst Corona den regulären Schulbetrieb weiter aus. Wie es aussieht, wird es bis zu den Sommerferien keinen flächendeckenden Präsenzunterricht mehr geben. Und das bedeutet, es wird weiter Unterricht ausfallen. Welche Folgen hat das für den Lernstand der SchülerInnen? Was können Bildungspolitiker tun, um gravierende Lerndefizite zu verhindern oder wenigstens wieder auszugleichen? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Marcel Helbig. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum in Berlin. Daneben leitet er auch noch den Arbeitsbereich Strukturen und Systeme am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. Herr Helbig, beginnen wir mit einer Analyse der Lage. Was wir sicher wissen, Unterricht ist ausgefallen. Es wird auch weiterhin Unterricht ausfallen. Gelegentlich gibt es Zahlen von der Kultusministerkonferenz zu Schulschließungen. Aber insgesamt ist die Datenlage eher dünn. Kann man trotzdem das Ausmaß des Unterrichtsausfalls irgendwie beziffern? Es ist unglaublich schwer zu beziffern, welches Ausmaß an Unterrichtsausfall wir tatsächlich gehabt haben. Weil auch aktuell in der Situation wissen wir eigentlich relativ wenig darüber, wo fällt gerade Unterricht aus. Und selbst da, wo wir sagen, die Schulen sind irgendwie wieder in Betrieb und die Abschlussklassen sind zurück, auch da haben wir nicht das volle Schulprogramm. Und so unterscheidet sich dann auch von Schule zu Schule. Am Ende kommt man nicht darauf, dass man sagen kann und beziffern kann, diese Stundenzahl ist an Schule X oder Y ausgefallen. Und selbst wenn man es könnte, dann steht das auch nur für diese eine Schule in dem einen Bundesland. In dem anderen sieht es halt ganz anders aus. Es gibt ganz viele Faktoren, die beeinflusst haben, ob die Schulen offen waren, offen sind und offen bleiben. Sie haben gerade angedeutet, man muss das differenziert betrachten, was die Schulformen anbelangt und die Klassenstufen. Kann es aber gar nicht, weil man eben dazu keine Datenlage hat. Dennoch gibt es aus Ihrer Erfahrung heraus oder aus Gesprächen, die Sie führen, möglicherweise vielleicht auch Studien, die Sie schon angedacht haben, Hinweise darauf, welche Schulen, welche Klassenstufen möglicherweise besonders betroffen sind? Naja, es gibt eine Studie, die ist relativ frisch erschienen. Die hat die Situation in Nordrhein-Westfalen angeschaut, bevor der Weihnachts-Lockdown kam. Also diese Studie hat sich vor allem den Zeitraum ungefähr ab Anfang Oktober bis Mitte Dezember angeschaut. Und die hat ganz klar gezeigt, dass es schon allein soziale Unterschiede gibt. Dass die Schulen aus sozialen Brennpunkten, also wo die Schüler aus sozialen Brennpunkten kamen, also wo hohe SGB-II-Quoten, hohe Migrantenanteile, dass dort viel häufiger schon vorher Quarantänemaßnahmen ergriffen werden mussten und das heute, ein halbes Jahr später, diskutieren wir eigentlich, woran das gelegen hat und auch heute wiederum liegt, dass es gerade die ärmeren Viertel in eher beengten Verhältnissen mit Personen, die in bestimmten Jobs auch tätig sind, dass da das Infektionsrisiko auch höher ist. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist einfach auch ein insgesamt regionaler. Wenn man sich gerade die Situation anschaut, dann sieht man, dass Thüringen, Sachsen, Teile von Bayern, dass da einige Kreise eigentlich, wenn sie sich an alle Regeln gehalten haben, seit Ende November eigentlich schon, die Schulen sind dort einfach nur zu. Also da ist, wenn mal überhaupt, gab es mal wieder eine Rückkehr für eine oder zwei Wochen, dann meistens die Grundschulen, die dann zurückgekommen sind. Also da hatten wir große Probleme, überhaupt wieder richtig dritt zu fassen. Wenn man aktuell, also jetzt haben wir Stand Anfang Mai, sieht es so aus, dass in Thüringen in keinem einzigen Kreis regulärer Schulunterricht ist und gerade mal in vier Kreisen von 23 Wechselunterricht ist. Und es ist nicht absehbar, wann sich diese Situation irgendwann nochmal ändert. Und wenn man es dann das Ganze nochmal nach Klassendifferenziert anguckt, also die, die wir besonders stark reingelassen haben, waren natürlich die Abschlussklassen, weil im Endeffekt der Abschluss anscheinend auch in manchen Teilen mehr zählt, als das, was man dann wirklich verpasst. Die Grundschüler sind eher reingekommen als vor allem die fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Klassen. Also ich glaube, dieser Bereich, gerade siebte, achte, neunte Klasse, sind in vielen Bundesländern noch gar nicht wieder zurückgekommen in die Schule. Sie haben es gerade angedeutet, man muss das regional betrachten. Sie haben auch schon darauf hingewiesen, dass es auch mit Blick auf die einzelnen Schüler natürlich sehr differenziert betrachtet werden muss. Da werden wir gleich auch noch vertieft darauf eingehen. Wie gehen Sie jetzt als Bildungsforscher eigentlich mit der Situation um? Kann man denn, wenn man schon den Ausmaß nicht beziffern kann, denn etwas zu den Folgen der Defizite sagen, die ja an allen Schulen, wenn auch ungleich, aber sicherlich an allen Schulen stattfinden wird? Denn wichtiger Lernstoff wird entweder gar nicht oder eben nur schlecht vermittelt. Ja, aber aktuell haben wir das große Problem, dass wir so gut wie nichts wissen, was vor allem mit diesem aktuellen Lockdown passiert ist. Wir fanden ja schon diesen ersten Lockdown von zwei Monaten Schulschließung in manchen Bundesländern, Regionen etwas mehr, fanden wir ja schon als ein einschneidendes Erlebnis. Aber wenn man sich das jetzt noch rekapituliert, da war das ja eher unproblematisch, die damalige Situation, im Zuge dessen, wie stark die Schulen heute geschlossen sind. Und aus diesem Zeitraum, aus diesen zwei Monaten Schulschließungen haben wir eigentlich auch die einzigen Ergebnisse, die uns irgendetwas sagen. Also da gibt es einige internationale Studien, relativ gut gemachte aus den Niederlanden, Belgien und eine amerikanische Studie fällt mir noch dazu ein, die aber wirklich nur diese zwei Monate, die haben ähnlich wie in Deutschland das auch gewesen, auch ungefähr zwei Monate Schulschließungen gehabt. Und die kamen eher zu den Ergebnissen, dass es massive Lernrückstände gegeben hat direkt nach diesem Lockdown. Die niederländische Studie, die es dazu gibt, die hat es so hoch beziffert, als hätte es gar keine Schule in dieser Zeit gegeben. Also hätten die Schüler gar nichts gelernt in dieser Zeit. Es gibt ein paar deutsche Studien dazu, die wurden durch die Bundesländer selber veranlasst. Die wurden in Hamburg durchgeführt, eine in Baden-Württemberg, eine methodisch nicht ganz nachvollziehbare aus Brandenburg. Die haben ein nicht ganz so verheerendes Bild, wie die in der internationalen Studien gezeigt, gerade auch in Hamburg, die sich aber dann aber auch nur Deutsch und Mathematik angeschaut haben, kommt zu dem Ergebnis, wir haben eigentlich kaum Lernrückstände in diesem ersten Lockdown. Beobachtet, aber sie gehen auch, also Hamburg selber geht damit nicht groß hausieren, sie schränken das selber ein, sagen, wir haben unglaublich viel daran investiert, dass gerade in diesen beiden Hauptfächern, die Rückstände klein sind, Hamburg ist auch eins der Bundesländer, was schon Nachhilfestrategien in den letzten Sommerferien begonnen hat, Feriencamps und dergleichen, das, was sie jetzt versuchen, wieder ein Stück weit aufzulegen und sind da auch ein bisschen als Vorreiter zu bezeichnen. Aber abgesehen von diesem ganzen Forschungsstand sehen wir vor allem bei all den Fächern, die wir auch nicht so gut beziffern und messen können, sowas wie politische Bildung, Kunst, Musik und vor allem, und das fällt immer relativ stark runter, auch Sport, also gerade diese Betätigung der Kinder, das fällt komplett hinten runter bei der ganzen Betrachtung und wird auch im Weiteren hinten runterfallen. Und so ist es doch, ob das nun Bildungsforscher, Lehrer oder Bildungspolitiker ist, so ein ziemlich von eigenen Erfahrungswissen irgendwie geprägt, da hört man mal dahin, man hört mal da dorthin, so richtig klar ist die Situation nicht, wie groß die Lernrückstände sind, welche Gruppen besonders betroffen sind. Das bleibt doch alles sehr in Ungefähren und auch die Entscheidungen, die wir aktuell zu treffen haben, sind absolut unter Unsicherheit und das macht es auch gerade so schwierig. Ja, jetzt sind ja in der jetzigen Situation die Schulen auf verstärkten digitalen Unterricht umgestiegen. Jahrelang hat man es gefordert, wenn Corona vielleicht etwas Positives gebracht hat, dann ist es der Push für digitales Lernen an den Schulen. Wenn Sie da mal draufblicken, wie beurteilen Sie denn die Qualität des Distanzunterrichts? Das ist auch, wo man halt hinschaut. Also Punkt eins, was mich immer etwas verwundert in der ganzen Diskussion, dass wir bis kurz vor Corona immer wieder darüber geredet haben, dass der Breitbandausbau im ländlichen Raum teilweise miserabel ist und dann soll von einem Tag auf den anderen ein perfekter Video-Unterricht funktionieren. Das ist rein technisch nicht möglich. Und da wurde das immer die armen Kinder, die kein Laptop haben, so drauf fokussiert. Aber gerade das, wie lief das in manchen Räumen, wurde überhaupt nirgendwo thematisiert und liegt auch so quasi, da hüllt sich so der Mantel des Schweigens ein Stück weit drüber an der Stelle. Ansonsten wissen wir nicht viel, aber das, was wir wissen zum Distanzunterricht, ist vor allem immer nur die Quantität zum Beispiel auch von Video-Unterricht. Und da sind teilweise im Hinblick auf Schulformunterschiede sehr, sehr beeindruckende Ergebnisse. Während der Video-Unterricht und überhaupt die Rückmeldung, das Feedback, die Aufgabenstellung an den Gymnasien relativ positiv beurteilt werden. Vielleicht sogar ein Überdrehen in die andere Richtung. Also, dass man zu viel Video-Unterricht, sieben, acht Stunden am Tag. Also, man weiß auch nicht, was das mit den Kindern in dem Moment macht. Aber jedenfalls sind da zu großen, großen Teilen die Lehre dran und haben quasi relativ schnell die Umstellung anscheinend geschafft. Zumindest bis in den zweiten Lockdown dann hinein. Und was wir aber auch immer wieder sehen, und das ist je nach Befragungen unterschiedlich, aber bis zu 70, 80 Prozent aller Grundschulklassen hatten überhaupt keinen Video-Unterricht und das auch nicht im zweiten Lockdown halt so. Kann man sich darüber streiten, ist das das Beste für Kinder, aber mit Video-Unterricht wurden da meistens auch erfasst, gibt es überhaupt mal einmal, zweimal in der Woche eine Stunde Feedback mit dem Lehrer und da scheinen vor allem die Grundschulen komplett hinten runtergefallen zu sein. Das ist, wenn man das mal so im Gänze beschreiben will, war das oftmals, hier hast du ein Aufgabenblatt, mach dieses Aufgabenblatt daheim mit der Hilfe deiner Eltern und dann gib das irgendwann mal wieder ab. Und allein die Feedback-Schleife dazu ist oftmals schon nicht gelaufen. Und die zweite Schulform im Sekundarbereich, also die ja unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern heißt, aber die Schulform unterhalb des Gymnasiums hatte mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Auch da vielleicht die Hälfte, je nach Befragung der Schüler, die da im Video-Unterricht unterrichtet wurden. Ja, nahezu alle Bereiche, die wir bisher angesprochen haben, stellen wir fest, es gibt große, große Unterschiede. Sie haben vorhin schon einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Es trifft eben nicht alle Schüler gleich, je nachdem, an welcher Schüler man ist, in welcher Region man sich befindet, aber vor allen Dingen auch im Blick auf die soziale Herkunft, die familiäre Situation. Da haben Sie in einem Artikel von einer strukturellen Benachteiligung verschiedener Gruppen gesprochen. Können Sie das mal vielleicht ein bisschen konkretisieren, was Sie damit meinen? Naja, also konkretisieren, machen wir mal ein Beispiel Berlin. In der letzten Einschulungsuntersuchung aus Berlin wurde eine Zahl von ungefähr 8 bis 10 Prozent aller eingeschulten Schulkinder hatten kein Elternteil daheim, was Deutsch spricht, sprechen konnte. Das heißt also, ein Zehntel ist allein schon mal so weit benachteiligt, dass im Haushalt nicht mal die deutsche Sprache gesprochen wird. Und da kann man davon ausgehen, dass Berlin da nicht die höchsten Werte aufweist, sondern einige Ruhrgebietsstädte noch deutlich höhere Werte aufweisen werden, was die Anteile von Migranten angeht und darüber auch vermittelt, dass im Haushalt nicht deutsch gesprochen wird. Die fallen schon mal komplett hinten runter. Woher soll das im Endeffekt für diese Personen kommen? Wo soll die Hilfe der Kinder sein? Aber es ist viel zu einfach, das auch zu fokussieren nur auf migrantische Milieus. Es ist im Endeffekt, und das ist, glaube ich, das Zentrale, es geht um eine soziale Benachteiligung, die aller Orten eigentlich festzustellen ist und wo auch kein Bildungsforscher sich hinstellt und sagen würde, hey, ich erwarte hier, dass es nicht zu einer Spaltung, zu einer weiteren Spaltung gekommen ist. Die Eltern aus den sozial benachteiligten Schichten können den Kindern nicht besonders gut helfen im Allgemeinen, sind oftmals auch noch in Jobs eingebunden, wo sie nicht zu Hause sein können. Eben nicht der klassische Bürojob des Akademikers, wo es dann doch irgendwie nebenbei noch mal geht, sondern die Einzelhandelskauffrau, die eben nicht sagen kann, okay, ich bleibe jetzt zu Hause und kümmere mich um das Kind und so weiter. Und da gehen die Lücken halt immer größer auf. Oftmals dann auch noch gekoppelt, dass die Kinderzahl im Haushalt in manchen vor allem sozial benachteiligten Schichten etwas höher ist. Und da kommt dann gleich das Nächste drauf, dass drei bis vier Kinder im Homeschooling dann auch gern mal sind. Bei zu wenig Geräten. Und das ist immer so, man kriegt so den Eindruck, wenn man auch diese Berichte darüber hört, als wären das irgendwie alles Einzelfälle. Aber ich glaube, das ist eine große Gruppe von Personen. Und am Ende ist eben die Frage, wie groß sind insgesamt diese Personengruppen, die ich als At-Risk für all diese Problemlagen halt ansehe, um dann daraus auch abzuleiten, bei wie viel muss ich jetzt eigentlich auch ansetzen, um diese Problemlagen zu beheben nach Corona? Ja, also im Prinzip verschärft ja Corona etwas, was uns ja seit Jahren hier in Deutschland beschäftigt. Das wird uns ja auch immer wieder vorgeworfen von der OECD in verschiedenen Studien, dass eben die Herkunft in Deutschland ganz entscheidend ist für den Bildungserfolg. Also die Schulen stehen ja schon seit Jahren auch, was das anbelangt, unter Druck. Es ist ja auch seit Jahren die Diskussion, wie man Bildungsungerechtigkeit, Chancenungleichheit an deutschen Schulen abbauen kann. Jetzt haben wir Corona, Sie haben es gerade beschrieben. Es ist aber vor allen Dingen ein familiäres Problem. Also es ist gar nicht so eine Frage, wie die Schulen ihren Job tun, sondern wie die häusliche Situation zu Hause ist. Also wie kann man denn in der jetzigen Situation damit umgehen, dass das, was dem deutschen Schulsystem immer schon vorgeworfen wird, sich nicht noch weiter verschärft? Gibt es da irgendwelche Vorschläge, Lösungsansätze, die Sie sehen, damit benachteiligte Kinder nicht noch weiter abgehängt werden? Denn wir wissen ja alle nicht, wie lange die Situation an den Schulen noch anhält. Ich meine, oftmals sind das so Initiativen, die so ein bisschen grassroots daherkommen, manchmal auch mal ein bisschen Geld unterstützt, die sich dann darum kümmern, dass irgendwie in den jeweiligen Vierteln dem einen oder anderen Kind dann geholfen wird. Dann gibt es Initiativen, wo Lehramtsstudenten so als Mentoren auftauchen. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Beispiele in Deutschland auch aktuell. Und da brauchen wir auch, will ich auch gar nicht den Eindruck erwecken, als fände ich das irgendwie schlecht oder nicht ausreichend oder dergleichen. Aber man kann nicht ausgehend von den Problemen, mit denen wir es wahrscheinlich zu tun haben, irgendwie sagen, das reicht in irgendeiner Weise aus. Und man ist ja auch total darauf angewiesen, dass sich in bestimmten Regionen Personen engagieren, dort helfen, wo eben nur zu helfen ist. Das wird am Ende bei einigen Familien ankommen, aber das wird nicht ein flächendeckendes Problem lösen. Allein solche Dinge wie die Mittagessenversorgung, wurde auch, es gehört immer nur über Lernrückstände oder sowas geredet. Also welch einschneidendes Erlebnis das für viele Familien jetzt auch gewesen ist, wenn die Kinder nicht mehr in der Ganztagsgrundschule gewesen sind, nicht mehr überhaupt am Mittagessen partizipierten. Da machen wir uns gar keine wirklichen Vorstellungen an dieser Stelle. Und das sind einfach so strukturelle Dinge, wo man sich eigentlich gefreut hat über einige Jahre, dass man einige Benachteiligungen in den Griff bekommen hat und dass man dadurch auch vielleicht gesündere Ernährung in bestimmten Schichten auch hinbekommen hat. Und das Puff ist auf einmal komplett weg. Und das interessiert uns eigentlich auch relativ wenig, jedenfalls in der öffentlichen Berichterstattung. Interessiert uns das relativ wenig. Und wenn uns das da nicht interessiert, tun wir auch relativ wenig, um da wieder einzuwirken. Und die Bundesnotbremse ist gerade ein super Beispiel dafür, dass man da auch regional völligst ohne Augenmaß alles kaputt schlägt, wo Initiativen vielleicht gewesen sind, die auch mal über den Inzidenzwert hinaus mal geguckt haben, was sind eigentlich die sozialen Folgen dessen, was ich hier auch gerade tue. Ich glaube, in den Bundesländern, in den Ministerien ist das ja durchaus bewusst. Man versucht ja auch darauf zu reagieren. Wir hatten ja jetzt beispielsweise in Baden-Württemberg schon im vergangenen Jahr die sogenannte Sommerschule, wo man eben Nachhilfe angeboten hat, insbesondere für die Kinder, die eben schlechter durch die Pandemie hindurchkommen. 60.000 Kinder haben immerhin diese Angebote genutzt. Auch in Nordrhein-Westfalen wurde das Unterstützungsangebot eben aufgestockt in diese Richtung. 36 Millionen zusätzlich eben für außerschulische Nachhilfeangebote. Wie ist das zu bewerten? Ist das ein Tropfen auf den heißen Stein? Oder ist das etwas, wo man sagt, na ja, was sollen Schulen sonst noch anbieten? Wie bewerten sie diese Maßnahmen? Das sind eigentlich die beiden wichtigsten Punkte so mit drin. Was sollen Schulen auch sonst noch anbieten? Das Problem ist, dass dieses Nachhilfe und Sitzenbleiben, da kommen wir vielleicht später noch dazu, das sind die Dinge, die Schule schon immer tut. Und man weiß ja auch nicht so recht, wie soll man sich sonst helfen in dieser ganzen Situation? Problematisch ist Nummer eins, dass wir in der ganzen Situation, und vielleicht ist es auch dadurch begründet, dass wir im November noch ausgingen, ach komm, im Januar geht das schon irgendwie weiter. Aber die Situation ist Mai, und wir haben immer noch nichts, dass das irgendwie weitergeht. Man hat die ganze Zeit orientiert, da man sich an einem Bild davon, dass wir aktuell in einer, na ja, meiner kurzen Ausnahmesituation stecken, aber wir haben die Norm, die Ziele dieses Schuljahres zu erreichen. Und diese ganze Nachhilfe und Klassenwiederholung, das setzt genau diese Norm als das, woran wir uns orientieren. Mittlerweile glauben die aller, allerwenigsten, glaube ich, noch dran, dass dies ein normales Schuljahr ist, wo wir in breiter Masse alle Kinder die Bildungsziele des Schuljahres erreicht haben. Aber dennoch kommen wir eigentlich wieder zurück und machen Dinge wie zum Beispiel auch Nachhilfe und orientieren uns an verpasstem Lernstoff dieses Schuljahres. Und glauben, dass das irgendwie für ein paar Prozent der Kinder nun ausreicht, wenn man die dann irgendwie reinkriegt an dieser Stelle. Und das ist, glaube ich, schon mal, das stellt die total, also das dreht eigentlich die Situation um. Weil normalerweise müsste ich eigentlich ausgehen von der Situation, pass auf, wir haben ja ein halbes Jahr keinen regulären Unterricht gehabt, also kann ich auch nicht die Ziele dieses Schuljahres als quasi die Prämisse, als das normativ Richtige quasi ansehen, sondern muss mich fragen, wie kann ich eigentlich von, also diese Prämisse wechseln quasi hin zu, wir müssen quasi an einem weniger hohen Niveau quasi ansetzen und müssen jetzt schauen, dass wir alle mitnehmen an der Stelle. So, und jetzt ganz kurz noch zu der Frage halt, so inwieweit diese Nachhilfe dann funktioniert. Also auch da, man kann das auch, ist alles ganz nett und es ist schön, dass sich Lehrer auch engagieren und auch, wie das ja auch jetzt versucht wird, andere Personen wie Lernstudenten sich engagieren, aber ich glaube nicht, dass wir da ein flächendeckendes Angebot damit hinbekommen. Sowohl im Hinblick auf regionale Unterschiede, weil wenn ich keine Lehramtsausbildung vor Ort habe, keine Universität in einem Kreis habe und da gibt es ganz, ganz, ganz viele ländliche Kreise, woher soll ich quasi dieses ganze Personal hernehmen? Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass all diese Nachhilfeangebote, alles, was ich bis jetzt gehört habe, aus jedem Bundesland war immer die Prämisse, freiwillig, freiwillig, freiwillig. Und die Kinder, die die größten Probleme gerade hatten, das waren die ohnehin relativ wenig motiviert waren und die ohnehin relativ leistungsschwach waren. Das sind die aus den Studien, die wir dazu kennen, die sehr schlecht durch das Homeschooling gekommen sind. Und jetzt will ich, dass genau diese Kinder, die ohnehin total unmotiviert und keinen Bock mehr auf Schule haben, sich jetzt hinsetzen und sagen, hey, jetzt aber Nachhilfe im Sommer. Da glaube ich keine Sekunde dran, dass ich die richtigen erreiche. Sie haben es ja schon in den Ausführungen kurz anaufscheinen lassen. Es gibt ja hoffentlich auch mal eine Zeit nach Corona. Da wird mit Sicherheit auf die Schulen eine Menge an Aufräumarbeit zukommen. Worüber wir ja jetzt gesprochen haben, sind ja eher, wie gehe ich in der momentanen Situation damit um? Was kann man tun, damit die Lernrückstände nicht noch größer werden? Aber lassen Sie uns mal auf einen Blick werfen auf die Zeit danach. Da wird es ja vor allen Dingen darum gehen, eben die benachteiligten Kinder mitzunehmen, ohne dass man sie ungebührlich unter Druck setzt. Das, was Sie jetzt ja schon angedeutet haben. Und auf der anderen Seite aber diejenigen, die besser durch die Pandemie gekommen sind, nicht auch noch zusätzlich dadurch belastet, dass man sie langweilt sozusagen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man damit umgehen will, perspektivisch. Sie haben diese einzelnen Ansätze systematisiert, fünf Vorschläge dazu gemacht. Und lassen Sie uns doch mal die einzelnen Ansätze der Reihe nach durchgehen. Sie haben das, was Sie unter Vorschlag 1, das ist überschrieben, mit bestimmten Schülern und Schülerinnen erhalten zusätzlichen Unterricht an Samstagen oder in den Ferien. Das haben Sie jetzt ja auch schon angesprochen. Ist das eine Maßnahme, die für die Zeit danach möglicherweise ein sinnvoller Ansatz ist? Ja, das ist ja Punkt 1, die setzt genau an der Stelle an, die ich ja eben gerade bemängelt habe, dass man eigentlich sagt, wir haben was objektiv Erreichbares nicht erreicht und jetzt muss ich Leute über Nachhilfe dahin bekommen, dieses objektiv Erreichbare zu erreichen. Das ist einfach, wie gesagt, vom Blick darauf relativ schwierig, diese ganze Sache. Das Zweite, was damit zusammenhängt, ist die Frage, von was gehe ich aus? Wie groß ist meine Schülergruppe, die ich mit dieser Nachhilfe erreichen will? Wie hoch ist das regional unterschiedlich? Also die große Frage, wie kriege ich das in die Fläche, dass das im Endeffekt auch wirken kann? Die Frage ist ja auch, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Sie hatten das auch schon eben angesprochen, wenn das ein Ansatz ist, dann ist natürlich auch die Frage, ist das ein Ansatz, der auf Freiwilligkeit oder auf Verpflichtung beruht? Also wenn es dazu kommen sollte, was würden Sie denn da für zielführend erachten? Ja, ich meine, das Problem ist, alle sagen, okay, das muss freiwillig sein, aber eigentlich sind sich die allermeisten, die sich damit mal ein bisschen näher auseinandersetzen, relativ bewusst, dass ich gerade die problematischsten Kinder mit den größten Lernrückständen eher nicht dazu bekomme, dass die sich nun freiwillig dann zusammenfinden an der Stelle. Also von daher ist das schon mal ein größeres Problem. Ich denke, wenn, also ich habe auch überhaupt gar kein Verständnis dafür, warum man das jetzt Ganze alles freiwillig nennen soll. Entweder ist das Prämisse, dass ich jetzt bestimmte Lernniveaus erreichen muss, dann muss ich das verpflichtend für die Schüler machen, die diese Lernniveaus nicht erreichen, oder ich lasse es bleiben. Aber dieses freiwillig, ich glaube, das geht eher adressiert an andere, an andere Stelle, zum Beispiel auch Lehrern zu sagen, nee, nee, du sollst jetzt hier nicht irgendwie im Sommer noch Unterricht geben und am Wochenende Unterricht geben, sondern nur für ganz wenige sollen die das auch, also auch diese Freiwilligkeitsperspektive von Lehrerperspektive, die da so ein Stück weit reinkommen soll. Also eine ziemlich komische Diskussion, finde ich auch gerade im Hinblick auf diese Freiwilligkeit. Aber das ist ja auch noch nichts, was wirklich im Zentrum der Debatte, ob nun freiwillig oder nicht freiwillig ist, wir sind noch an der Stelle, wo ja Bund und Länder da erstmal ein Programm aufsetzen wollen und das ja anscheinend, glaube ich, heute sogar verkünden wollen, was da genau passiert. Aber wenn das der Ansatz wäre, zu sagen, wenn der reguläre Schulbetrieb wieder laufen sollte, zusätzlich auch das Nachhilfeangebot auszuweiten, das ist ja eine hehre Vorstellung, aber wir haben ja jetzt schon einen erheblichen Lehrkräftemangel an den Schulen, kriegen das ja im regulären Schulbetrieb gar nicht gestemmt. Ist es denn realistisch, davon auszugehen, dass ein ausgeweitetes Nachhilfeprogramm tatsächlich an der Schule irgendwie regulär stattfinden kann? Also weil ich das bisher verstanden habe, will man eigentlich gar nicht auf den bestehenden Lehrkörper da so groß zurückgreifen. In manchen Bundesländern, wie Sie das schon sagen, geht das sowieso nicht, weil zu wenig Personal einfach mal vorhanden ist und die Lücke quasi da in den letzten Jahren schon gerissen wurde und man da eigentlich kein Stück weiterkommt an der Stelle. Also man will zurückgreifen auf Lehramtsstudenten, pensionierte Lehrkräfte will man zurückholen, wo man auch die Frage stellen kann, wie viel sind das denn am Ende, also wo man auch viele Fragen noch 0,0 beantwortet hat an der Stelle. Private Nachhilfeinstitute, das ist ja auch immer etwas, was man da irgendwie thematisiert an der Stelle. Das große Problem, was ich einfach bei der ganzen Sache auch von externen Personen halt sehe, dass das nicht ineinander greift. Also man hat auf der einen Seite den Lehrer, der hat genau das Kind vor Augen und weiß wohl, wo sind eigentlich die Probleme aus Corona heraus resultierten. Jetzt soll sich aber jemand anders darum kümmern, genau diese Probleme irgendwie in den Griff zu bekommen. Also da sind so viele Reibungsverluste, die dadurch auch entstehen werden. Es ist auch genau gerade bei kleinen Kindern, dass der die Bezugsperson durchaus relativ schnell mal wechseln kann an der Stelle. Auch die Frage natürlich, wie man das mit dem regulären Unterricht verknüpfen könnte, ist natürlich auch wieder sehr schwierig, wenn man da auf der einen Seite die Profession hat, die die Nachhilfe anbietet. Wie lässt sich das dann wieder abgleichen mit dem, was im regulären Schulunterricht weitergegangen ist, integrieren? Also ich sehe schon, Sie haben da, sagen wir mal doch, Bedenken, dass das ein Ansatz ist. Ich denke, als Angebot wird er wahrscheinlich kommen, aber ob das der Ansatz ist, der uns wirklich voranbringt, merke ich zumindest bei Ihren Ausführungen in Fragezeichen. Kommen wir doch mal zum nächsten Ansatz. Da ist ja auch in der Diskussion, dass man Schülerinnen und Schülern eben das Angebot macht, ein Schuljahr einfach freiwillig zu wiederholen, wenn man das Gefühl hat, dass man zu viel verpasst hat. Ist das möglicherweise ein Ansatz, der besser ist? Wenn man das jetzt an der gleichen Prämisse an, du bist jetzt Kind, du hast dieses Jahr den Schulstoff nicht geschafft und damit du das irgendwie wieder aufholst, geh bitte in die nächste untere Klasse, um das Ganze irgendwie nachzuholen. Also auch aus meiner Sicht nicht die beste Prämisse, die man dabei setzt. Das sind jetzt zwei Dinge zu erwarten, die jetzt daraus hervorgehen könnten. Das ist Nummer eins. Die Kinder bleiben jetzt wirklich nach dem, was sie können oder nicht können. Also da, wo die Lernrückstände am größten sind, bleiben sie nun freiwillig sitzen und wiederholen die Klasse. Das führt nach allem, was wir eben schon ausgeführt haben, was die sozialen Benachteiligungen angeht, sollte zu massiven Ungleichgewichten zwischen den Schulen führen. Auf der einen Seite haben wir nicht nur in Berlin, auch in anderen Schulen 70, 80 Prozent arme Kinder in manchen Schulen, in manchen Grundschulen. Das verschärft sich teilweise noch an den nicht-gymnasialen Schulformen, wo das noch höhere Werte annimmt. Von denen wissen wir eigentlich noch, also wir wissen nicht, wie groß die Lernrückstände sind, aber wir gehen davon aus, sie werden riesig sein halt so. Und wenn ich jetzt genau an diesen Schulen, die Schüler sich nach dem verhalten, was sie eben nicht können, dann müssen sie eigentlich in großer Masse sitzen bleiben. Und dann wird auf einmal die jeweilige Einzelschule für eine riesige Herausforderung gestellt, dass von unten quasi Schüler nachkommen, von oben bleiben welche sitzen. Und das kann eine Schule alleine überhaupt nicht auffangen. Also das Risiko, was man da schulstrukturell geht, ist dermaßen hoch und dermaßen wenig voraussehbar. Das ist aber, gerade heute kam die Meldung aus Berlin, wo das versucht wird, mit der freiwilligen Wiederholung. Da sollten die Meldungen bis vor ein paar Wochen, sollten die Meldungen, ob man freiwillig sitzen bleiben will, kommen. Und das Ergebnis ist, es hat keinen Anstieg gegeben. Also die Kinder und die Eltern verhalten sich anscheinend nicht nach den Lernrückständen ihrer Kinder. Und das ist dann die zweite Alternative, die jetzt quasi, die man diskutieren muss in diesem Zusammenhang, was passiert denn jetzt? Jetzt hat eigentlich das Schulsystem gesagt, okay, alle, die nicht der Lage waren, den Lernstoff vom letzten Jahr zu erfüllen, die sind sitzen geblieben. Alle anderen, bei denen kann ich jetzt schön wieder an der Stelle ansetzen, wo das normale Schuljahr eigentlich ansetzen müsste. Und ich habe es jetzt mit großer Masse mit Kindern zu tun, die eben da nicht mithalten können, die eben große Lernrückstände haben. Das Ergebnis kann eigentlich nur sein, entweder müssen die Lehrkräfte sich jetzt dem anpassen, oder es wird nächstes Jahr zu massiven Sitzenbleibern, also eben Wiederholern kommen, und es wird noch einige Personen geben, die den Abschluss dann ihres jeweiligen Bildungsgangs nicht schaffen. Es wird zur Abschulung vom Gymnasium kommen und so weiter. Und das ist eigentlich dieses Verschieben dieser Probleme in den nächsten Jahren das Allerunschönste, was da passieren kann. Nur ein weiteres Beispiel, was dann in diese Richtung auch noch geht. In Sachsen ist es in dieser Phase zwischen dem letzten und diesem Schuljahr, also während Corona, zu einem Anstieg der Gymnasialempfehlungen gekommen, und das nicht nur um ein Prozent, sondern um sechs Prozent, was darauf hinweist, dass die Lehrer auch in großer Zahl, und wahrscheinlich nicht nur in Sachsen, ganz milde bewertet haben, weil sie niemanden den Weg verbauen wurden und dadurch aber gar keine Rückmeldung gegenüber Schüler oder Eltern gemacht haben, hey, sollte das Kind jetzt nur sitzen bleiben oder sollte es das jetzt nur nicht? Und ob die dann teilweise richtig beraten wurden durch die Schulen, ist fraglich halt so. Ja, die ersten beiden Ansätze, die wir ja jetzt diskutiert haben, die, Sie haben es ja schon angedeutet, orientieren sich an dem, was man in einem normalen Schuljahr hätte schaffen sollen. Und Sie sagen, das wird schwierig, das hinzubekommen. Der dritte Ansatz, den Sie identifiziert haben, der geht eben von einem ganz anderen Modell aus. Der sagt eben, man sollte sich jetzt eben nicht daran orientieren, was die Lehrpläne vorgegeben haben und dann versuchen, das auf Teufel komm raus wieder aufzuholen, was da verpasst wurde, sondern der andere Weg, den haben Sie so überschrieben, vermeintlich überflüssiger Lernstoff wird weggelassen, damit verpasster Lernstoff in den sogenannten zentralen Fächern nachgeholt werden kann. Führt das aber nicht unweigerlich dazu, dass die Nebenfächer unter die Räder kommen? Ja, ich meine, man kann das fokussieren auf nur, oder beziehungsweise ja, man kann das, wenn man das so fokussiert, wird das am Endeffekt das Ergebnis sein. Also wir haben ja ohnehin in der ganzen Diskussion und auch in dem, wie gerade auch Schule agiert, in vielen Schulen jedenfalls, ist Mathe, Deutsch, quasi ganz weit im Vordergrund die Lesekompetenzen, die grundlegenden Mathekompetenzen sollten quasi gesichert werden, um Teufel kommt raus und alles andere ist eigentlich auch im letzten Jahr schon hinten runtergefallen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe immer noch dennoch Lücken in Mathe und Deutsch, die ich nächstes Jahr aufholen will und dafür mache ich quasi ein Ausmisten bei den anderen Fächern, dann werde ich genau die großen Lernlücken in den anderen Fächern hinbekommen. Und das ist auch je nach Fach unklar, wie die Auswirkungen des Ganzen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel politische Bildung mal als Beispiel nimmt, kommt immer irgendwie so als ein bisschen unwichtig irgendwie daher, ist so ein bisschen gedönsfach irgendwie, aber wir werden dann den großen Aufschrei, ach, wieso wählt denn diese junge Generation wieder so ein großer Zahl, AfD oder dergleichen halt so, warum ist da so wenig Wissen über das politische System vorhanden, warum wissen die Kinder nicht, wie sie sich in dieser Welt zurechtfinden sollen. Das sind einfach alles Dinge, die also ein Stück weit heruntergefallen sind, aber eben auch, also alle möglichen Fächer im Endeffekt. Aber ist das überhaupt realistisch anzunehmen, man könnte jetzt irgendwie eine Entscheidung darüber finden, ich meine, da müssen ja irgendwelche Kommissionen gebildet werden oder wie kann man sich das konkret vorstellen, welcher Lernstoff denn jetzt vermeintlich überflüssig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einzelnen Fächer das einfach so hinnehmen werden. Die werden natürlich auch sagen, ne, um Gottes Willen, aber jetzt nicht auf unsere Kosten. Ich hätte deshalb auch eher dann einen anderen Ansatz, würde ich, also der hängt da so ein Stück weit mit zusammen, aber einen anderen Ansatz würde ich präferieren und dieser Ansatz, der sollte eigentlich eher sagen, gut, alles was bis, also wir werden in diesem Schuljahr keine neuen Lehrstoffe mehr machen, keiner Schule in Deutschland. Wir machen jetzt voll stopp, wir konzentrieren uns auf den Stoff, den wir nicht geschafft haben, der nicht gefestigt ist, wiederholen das Ganze und gehen in diese Richtung. dann werden wir, ja, wie viel wird das denn noch sein? Je nach Bundesland nochmal zwei Monate, zweieinhalb Monate bis zu den Sommerferien, in manchen Bundesländern sogar weniger, Stoff, den wir gar nicht behandeln wollen. Und den müsste ich dann in das nächste Schuljahr rüberziehen und würde quasi an dieser Stelle wieder ansetzen. Im Übrigen, die erste, die erste Bildungsministerin, nämlich jene aus Mecklenburg-Vorpommern, hat genau das jetzt schon beschlossen oder vorgeschlagen. Sie wird die ersten vier Wochen, das ist zwar nur ein Monat, die ersten vier Wochen des neuen Schuljahres dazu nutzen, den Schulstoff des jetzigen Jahres nachzuholen. Was ich eigentlich ganz gut finde, dass die Diskussion jetzt überhaupt erst einmal darüber losgeht, ob das Ganze sinnvoll ist. Dann habe ich natürlich das Problem, dass ich im nächsten Jahr eigentlich das mache, was ich in diesem Jahr hätte machen sollen. Und so schiebt sich das so ein Stück weit vor den Schülern, vor den Lehrkräften her. Dann sind zwei Hoffnungen damit verbunden. Nummer eins, dass Lehrer über einen längeren Zeitraum viel eher entscheiden können, vielleicht auch individuell entscheiden können. Das finde ich jetzt nicht so wichtig, das finde ich jetzt wichtiger. Auch die Ministerien, die da vielleicht nochmal Handreichungen geben. Okay, hier und da können wir vielleicht mal ein paar Abstriche machen und so sich das über den Schulverlauf ein Stück weit einpegelt und dass nur das wirklich Unwichtige, wenn man das so nennen kann, nicht gemacht wurde. Oder man kommt zu dem Ergebnis und das mit einer sehr weiten Vorlaufzeit teilweise, man konnte es nicht aufholen, dieses Jahr, was weggefallen ist. Okay, dann geben wir halt vor allem den Abschlussklassen oder zwischendurch mal quasi ein halbes Jahr längere Schulzeit. Dadurch wird das zum Beispiel das Abitur ein halbes Jahr verschoben, wie das zum Beispiel in Rheinland-Pfalz seit 20, 30 Jahren schon so ist, dass im Winter das Abitur geschrieben wird und auch in den anderen Abschlusstypen quasi kann es dadurch eine Verschiebung geben. Ja, jetzt hat ja der Deutsche Philologenverband vorgeschlagen, man könnte ja vier zusätzliche Wochenstunden zumindest an allen weiterführenden Schulen einführen. Würde das denn helfen, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das sukzessive nachzuholen? Diese vier zusätzlichen Wochenstunden könnte man ja auch über zwei Jahre oder über drei Jahre strecken, je nachdem, wie lange es eben braucht, um verpassten Lernstoff wieder nachzuholen. Ist das ein guter Vorschlag? Ist das ein realistischer Vorschlag, umsetzbar? Wenn ich den Philologen, also das ist ja auch das Schöne, wir haben 16 Philologenverbände, weil jedes Bundesland hat einen eigenen Philologenverband, aber soweit ich das verstanden habe oder den Vorschlag, der mit da im Sinn kommt, da hatten die gesagt, nicht nur, dass sie drei oder vier Stunden dann nur länger also quasi aufschlagen wollen an der Stelle, sondern gerade, wo mehr Zeit jetzt noch drin ist, also für die jetzigen siebten, achten, neunten Klassen, dass man dann für die eben auch eine Verlängerung der Schulzeit macht, das heißt eben eine Rückkehr in vielen Bundesländern von G8 zu G9 quasi wieder aufnimmt. Das passt dem Philologenverband natürlich in manchen Bundesländern gerade sehr gut rein, dass man dieses Thema wieder hochziehen kann, aber man muss ihnen an dieser Stelle auch da nochmal recht geben. Die drei- oder vierstündige Verlängerung im nächsten Jahr und auch vor allem für die höheren Klassen wird das ja vor allem angedacht sein. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll sein kann, weil im Endeffekt der Druck auf die Schüler nimmt ja nicht ab und das ist halt das, was ich nicht wirklich verstehe in der ganzen Diskussion, warum man eigentlich die ganze Zeit diesen Druck so hoch hält. Also es gibt doch eigentlich gar keine Veranlassung, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal dazu entscheidet, okay, lasst uns mehr Zeit geben, lasst uns vielleicht auch auf einer längeren Perspektive ein zusätzliches, halbes oder ganzes Schuljahr irgendwie quasi reinnehmen. Warum muss dann dieser Druck so hoch sein? Ja, in diese Richtung zielt ja auch Vorschläge, die ja auch diskutiert werden, eben zu sagen, na komm, machen wir es doch radikal, einfach das ganze Schuljahr, das ist quasi nichts gewesen wegen Corona, bevor wir da jetzt differenzieren, was wir gar nicht in der Breite können, machen wir einfach das Schuljahr nochmal verpflichtend, ein Jahr nochmal für alle. Ist das ein Vorschlag, wo Sie sagen, dass es sinnvoll? Also das ist so der Radikal-Vorschlag, der ja vor allem jene stark tangiert, die relativ gut durchgekommen sind, weil die sollen jetzt alles nochmal machen, was dort gewesen ist und dieser Ansatz, der sagt ja auch, ich mache jetzt ein ganzes Jahr nochmal und nicht nur das, was jetzt tatsächlich weniger an Schule gelaufen ist, also vielleicht ein halbes Jahr, je nachdem wie gut der Distanzunterricht gelaufen ist, vielleicht nur vier Monate oder sowas, die ich eigentlich objektiv nachholen müsste, so setze ich jetzt ein ganzes Jahr an, das ist das eine. Das zweite ist, von unten schiebt eine Kita-Kohorte nach und die hat ungefähr eine Größe von knapp 800.000 Kindern und diese 800.000 Kinder müssen dann ohnehin überfüllte Schulen, vor allem Großstadt und Metropolenregionen, da schiebt diese Gruppe halt rein, da gibt es keine Räume und es gibt auch keine Lehrer, also jedenfalls nicht in diesem Umfang, also bin ich mir nicht ganz sicher, welche Zahl ich in meiner Publikation angegeben habe, ich glaube es waren 40.000 Lehrkräfte, die dann nochmal zusätzlich im Grundschulbereich kommen müssten und aus Perspektive heute völligst unmöglich, weil die müssten zum nächsten Schuljahr am 1. September überall zur Verfügung stehen, die Räume müssen zur Verfügung stehen, wenn dieser Vorschlag jemals irgendwie realistisch umsetzbar gewesen wäre, dann hätten wir uns wahrscheinlich im Oktober letzten Jahres darüber unterhalten müssen, wie wird das eintüten aus Perspektive Mai 2021 ist das 0,0 realistisch mehr. Ja, um vollständig zu bleiben in Ihrer Systematik, Sie hatten es aber eben schon kurz gestreift, das wäre eben nicht das ganze Schuljahr, sondern Ansatz 5, den haben Sie so identifiziert, dass Sie sagen, naja, man könnte ja einfach das laufende Schuljahr verlängern bis Weihnachten beispielsweise, dann auch die Einschulung entsprechend später machen, ist das zielführend? Als ich den das erste Mal im Februar gemacht habe, war er vielleicht noch zielführend, jetzt sind wir im Mai, die administrativen Dinge, die dann noch umgesetzt werden müssten und auch da ergeben sich dann von den eben thematisierten Bedarfen bei allen drei Größen, Raum, Schüler und Lehrer, ungefähr ein Drittel, wenn man jetzt von der Schuljahresverlängerung bis Weihnachten reden würde, der ist zunehmend unrealistisch geworden, dieser Vorschlag, weil wir einfach, also wir haben nicht darüber diskutiert, wie wir damit umgehen wollen, wir haben uns viel mehr mit Testungen an Schulen und Schulschließungen beschäftigt und wann darf ich Schulen aufmachen, wann darf ich sie zumachen, diese langfristig und mittelfristigen Perspektiven wurden ganz ehrlich in den letzten Monaten durch die Bildungspolitik, aber auch durch die Lehrerverwände überhaupt nicht thematisiert, es ging um ganz andere Themen, die nur kurzfristig ansetzen und von daher haben wir uns in diesem Zeitraum dieser drei Monate, wo wir jetzt nicht drüber geredet haben, auch Optionen einfach mal genommen. Die Schuljahresverlängerung, wenn man sie einbringen will, dann eher später nochmal ansetzend, also quasi zu einem Zeitpunkt, wo es um Abschlussklassen dann geht, also die quasi heutigen achten Klassen beispielsweise, dass die dann ein halbes Jahr in der Abschlussklasse länger machen, um verpassten Stoff on the long run irgendwo aufzuholen. Ja, wenn man mal bis hierher so ein kleines Fazit sieht, dann kann man sagen, es gibt nicht den Königsweg, um die Folgen von Corona wieder aufzuarbeiten. Ich denke, es ist klar, die Schulen stehen da vor großen, großen Herausforderungen. Es ist den Schulen ja auch nicht fortzuwerfen, denn Corona ist eine besondere Situation, eine große Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Also insofern sollte man da jetzt nicht so defizitorientiert draufschauen, sondern sollte irgendwie fragen, was kann jeder dazu beitragen, dass man da zu sinnvollen Lösungen kommt? Was kann denn Ihre Profession dazu beitragen, damit die Dinge, die die Bildungspolitiker perspektivisch anpacken in den nächsten, naja, man muss vielleicht von Jahren reden, um das, was jetzt hier verpasst wurde, wieder aufzuholen, zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Was können Sie als Bildungsforscher dazu beitragen? Sind vielleicht neue Studien nötig? Laufen möglicherweise schon Studien, wo Sie sagen, naja, da erwarte ich mehr wichtige Erkenntnisse, die helfen können? Wie ist da die Lage? Ja, ich finde das, ich glaube auch so aus der eigenen Perspektive relativ ernüchternd, was wir da zu erwarten haben. Und ich fände es auch sehr schlimm, wenn das kommt, was ich eigentlich auch erwarte. Das, was ich erwarte, ist, dass wir Bildungsforscher dann wieder kommen, also vor allem die quantitativ orientierten Bildungsforscher, und werden dann spätestens, die nächste PISA-Studie ist für nächstes Jahr angesetzt, werden wir dann wieder mal hören, wie schlimm sich das alles entwickelt hat, und was man denn nicht getan hätte an der Stelle. Und das ist leider quasi das, was wir zu einem sehr späten Zeitpunkt erst mitbekommen werden. Also ich will auch jeden irgendwo den Ansatz nehmen, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt ganz schnell diese Kinder testen, um zu sehen, wo sind die Defizite, um dann genau zu gucken, wo muss ich eigentlich ansetzen? Ich glaube, das wird mit einer relativ guten Forschung gekoppelt relativ sinnlos sein, dieses Unterfangen. Es wird sehr stark auf diese Hauptfächermatte Deutsch ausgerichtet sein. Es werden sich wahrscheinlich am Ende genau die Dinge zeigen, die ich eben kurz angesprochen habe, also soziale Ungleichheiten, migrationsspezifische Ungleichheiten, ein bisschen regionale Geschichten wird man da drin sehen. Nichts, was einen jetzt nur total überraschen würde, halt an der Stelle. Also ich glaube, vor allem aus dieser Perspektive wird da relativ wenig kommen. Also jedenfalls kurzfristig und beratend auch für Politik dann eben jetzt kurzfristig. Also wir werden jetzt keine Lösung quasi parat haben, die den jetzt handelnden Personen irgendwie was abnehmen. Wir können nur, wie ich das ja auch gerade mache, irgendwie die Diskussion versuchen mit zu befeuern aus dem, was wir aus der Bildungsforschung eben auch wissen und uns auch die Fragen stellen, Leute, habt ihr manche Dinge einfach nicht so wahrgenommen? Wie zum Beispiel, dass die Forschung eher der Meinung ist, die empirische Bildungsforschung, dass Nachhilfe relativ wenig bringt, dass Klassenwiederholungen völlig nutzlos waren, was dann auch dazu geführt hat, dass in einigen Bundesländern Klassenwiederholungen mehr oder weniger ausgesetzt wurden wie in Hamburg. Und jetzt soll das irgendwie wiederkommen. Also da fragt man sich quasi schon an dieser Stelle. Wenn Sie mal an der Stelle vielleicht den Pfad des Wissenschaftlers verlassen, denn ich merke, es sind natürlich sehr viele Fragezeichen, gerade was die Empirie anbelangt. Möglicherweise kommt die Empirie auch zu spät, um Dinge da eben wieder gut machen zu können. Aber ich stelle mir jetzt gerade einen Schulleiter vor, der diese Probleme ja auch alle sieht. Versetzen Sie sich doch mal in die Lage eines Schulleiters. Und Sie sehen jetzt Schüler, wo Sie sagen, mein Gott, die kippen mir in diesem Schuljahr wirklich weg. Wie kriege ich die denn in nächster Zeit, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren wieder dahin, dass ich sagen kann, die können erfolgreich ihre Schullaufbahn beenden. Was würden Sie denn vorschlagen? Was kann man denn da tun? Wie gesagt, jetzt nicht empirisch abgesichert, sondern eher aus ihrem Erfahrungswissen heraus gefolgert. Das ist total, also die Frage ist insofern schwierig, wo sich schon wieder dann ansetzt, was kann der einzelne Schulleiter jetzt tun? Natürlich kann der Schulleiter auch sinnvolle Dinge tun, die er auch sonst tun sollte. Also darauf hinwirken, dass vor allem sozial benachteiligte Gruppen, dass die Differenzen ausgeglichen werden, die ohnehin mitkommen, die durch Corona verstärkt wurden, dass auch quasi die Grundlagen auch in der Lehrerschaft geschaffen wurden, weil das ist auch ein Teil der Wahrheit, dass an manchen Schulen manche Lehrkräfte einfach auch einen nicht adäquaten Unterricht mit keinem Feedback, mit keiner guten Strukturierung, ohne Videounterricht, kaum erreichbar. Es gibt mehr als genug dieser Beispiele halt so. Also da hätten viel mehr Schulleiter einwirken müssen, um da stärker quasi auch Standards zu setzen. Aber wenn Sie selbst Schulleiter wären, was würden Sie denn tun? Was würden Sie sagen, was könnte helfen in dieser Situation? Ich würde die Frage eigentlich umdrehen beziehungsweise einfach sagen, der einzelne Schulleiter, dem wird diese Situation jetzt gerade so vorgesetzt, wie sie ist. Der hat Glück, wenn er in einem akademischen Villenviertel seine Kinder rekrutiert, quasi wo die Eltern schön mitgemacht haben und der hat Riesenpech, wenn das Ganze im Brennpunkt basiert ist, weil dann muss er in der Breite quasi das Ganze aufholen. Vielleicht hat er dann sogar von daher Glück, dass er bei allen quasi ein niedriges Niveau ansetzen kann und alle wieder mitnehmen kann. Am schwierigsten ist es wahrscheinlich sogar eher in Schulen, wo eine hohe Differenz da ist. Was könnte der Schulleiter im Endeffekt machen? Also ein Vorschlag, der so ein bisschen diskutiert wird, der vielleicht gerade zu diesen Differenzen Hilfestellung leisten kann, ist ein stärkeres, jahrgangsübergreifendes Lernen. Also dass man quasi jetzt Klassen zusammenlegt und dadurch stärker differenzieren kann. Auch, okay, die haben erst das, obwohl sie Achtklässler sind, das Niveau der Siebtklässler und nimmt sie da ein bisschen mit. Das ist so ein bisschen, könnte man als ein verkapptes Sitzen bleiben, aber auch ein stärkeres, individuelles Fördern, was da reinkommt. Das ist aber genau wie viele andere Dinge, wenn die Bildungspolitik nicht die Rahmen dafür setzt, quasi, dass das auch möglich ist, dann bin ich da auch als Schulleiter mir auch so ein bisschen die Hände gebunden, was diese Geschichten angeht. Versetzen Sie sich doch mal dann in die Lage eines Bildungsministers, meinetwegen auch in Thüringen, wenn Sie morgen gewählt werden würden, was würden Sie veranlassen? Ich würde wahrscheinlich massiv die, also ich würde umstellen, umstellen, umstellen vornehmen in dem, in dem Ganzen, wie das, wie das, wie das Schuljahr verfasst ist, wie die Lehrpläne verfasst sind. Also ich würde als allererstes versuchen, Druck irgendwie rauszunehmen. Und das ist nicht nur der Druck für die Schüler, das ist der Druck, also es ist ja auch der Druck für die Eltern, die aktuell auch kaum in der Diskussion halt vorkommen. Dieses On-Off, was Schule an und Schule aus angeht, dann kriegst du das Kind wieder nach Hause und musst dann quasi alles, was Arbeit ist, quasi hinten zurückstellen. Wenn den Eltern zumindest gesagt werden würde, ach, wenn das Kind jetzt nicht voll den Stoff mitbekommt, dass er in der normalen Schulzeit mitbekommen würde, ist auch nicht so schlimm halt so. Dann ist der Druck da wenigstens ein Stück weit raus. Aber du kriegst die ja eigentlich quasi als Elternteil mit nach Hause. Und jetzt muss aber das hier schön weiterlaufen, diese ganze Geschichte. Und dadurch wird der Druck auch quasi zu Hause erhöht. Die Lehrkräfte, die finden das natürlich auch nicht wirklich lustig gerade, dass sie bestimmten Stoff eigentlich erreichen sollten. Auch kein Ministerium hat gesagt, hey, wir bremsen da mal quasi ein bisschen runter. Die sehen einfach, hey, ich habe noch so und so viele Kapitel in meinem Buch irgendwie durchzustehen und bin erst quasi am Viertel angelangt halt. Also es ist ein Druck auf alle Akteure gerade im System. Und die einzigen, die das zurücknehmen könnten, aber es ist natürlich auch umfangreiche Entscheidung, ist die Bildungspolitik, die eben sagen könnte, okay, Lehrplan wird ins nächste Jahr zum Beispiel reingeschoben, perspektivisch mit einer Schuljahresverlängerung in den weiteren Jahren gekoppelt, jahrgangsübergreifendes Lernen stärker zulassen, auch in den höheren Schulformen, in den Grundschulen passiert das teilweise. Das wären so die ersten Ansätze, würde ich sagen, wo man systematisch diesem Problem etwas Herr werden könnte. Das hieße aber auch, sich ehrlich machen vielleicht an der Stelle und zu sagen, den Anspruch, dass man alles wieder aufholen wird, das ist ein frommer Wunsch, aber den wir so an den Schulen alleine nicht leisten können. Ist das richtig? Wenn ich am Ende sage, ich verlängere die Schulzeit und packe einfach nur den Stoff um, also quasi von dem jetzigen Schuljahr ins nächste Schuljahr ins darauf folgende und, 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 dann muss das nicht heißen, dass uns Schulstoff verloren gehen muss. Dann kann das eigentlich im regulären Schulbetrieb könnten wir das eigentlich wieder aufholen. Und das ist eigentlich auch gewollt, weil das ist, wo wir uns ja auch nicht ehrlich machen, da sehen wir all diese Probleme der letzten beiden Schuljahre, aber kein Mensch gibt mal zu offen, okay, die Qualitätsstandards haben wir natürlich runtergesetzt, aber überall reden wir davon, nein, die Qualität des Abiturs muss weiter oben gehalten werden, obwohl unter, so davor gehaltener Hand gemunkelt wird, ja, die Abiturnoten sind jetzt sogar besser geworden in einigen Bundesländern letztes Jahr, wo man sagt, hey, wie kann das denn bitte sein, halt so. Und eben die Statistik, die ich zu Sachsen schon angesprochen hatte, wie kann es denn sein, wenn wir alle über Lernlücken und große Probleme reden, dass auf einmal die Gymnasialempfehlungen deutlich ansteigen, halt so. Das passt alles nicht zusammen und spricht auch dafür, dass wir uns so wenig ehrlich machen, halt so. Und das bringt die ganzen, alle Akteure im System kommen damit nicht mehr klar. Also jedenfalls meine Wahrnehmung. Wagen Sie eine Prognose? Meinen Sie denn, dass man perspektivisch mal von den Corona-Schuljahren sprechen wird, gerade mit Blick eben auf Bildungsstandards, Lernlücken, oder wächst sich das irgendwie aus? Ja, es ist der Bildungsökonom Ludger Wösmann aus München, der hatte am Anfang der Corona-Pandemie hatte er so eine Zusammenstellung der bildungsökonomischen Studien aus anderen Ländern. Da war oftmals Thema, man hatte einen Lehrerstreik, der über zwei oder drei Monate die Schulen komplett geschlossen hat. Ist eine andere Situation. Also da war wirklich gar kein Unterricht dann quasi an der Stelle. Wir haben über sechs Monate aber dafür nur einen digitalen Unterricht, einen Fernunterricht. Ist vielleicht also vergleichbar von der Gesamtausmaß. Und diese bildungsökonomischen Studien haben eigentlich durch die Reihe weg immer wieder gezeigt, man hat diese Schulausfälle, weil man sie eben nicht kompensiert hat, weil die einfach so ad hoc quasi reingekommen sind, man hat die nicht kompensieren können. Man hat Effekte auf die Lebenseinkommen gesehen der Person, die zu diesen Jahrgängen gehört im Vergleich zu den Jahrgängen zuvor und danach. Und das ist eigentlich die Gefahr, die jetzt besteht. Und man muss immer aus dieser Perspektive eher schauen, was passiert im schlimmsten Fall, wenn ich Recht habe oder wenn jemand anders Recht hat und man danach handelt. Also quasi, was ist die schlimmste anzunehmende Alternative, wenn ich sage, lasst uns mehr Zeit nehmen und on the long run ein weiteres Schuljahr oder ein weiteres halbes Schuljahr einführen. Was passiert uns da? Eigentlich passiert uns da relativ wenig. Wir müssen als System darauf reagieren, ein paar mehr Lehrkräfte einstellen oder ein paar mehr viele Lehrkräfte einstellen und ein paar Schüler werden sich langweilen, weil sie bestimmten Schulstoff dann schon zum zweiten Mal gehört haben. Die andere Alternative, wir fahren das System einfach so weiter und gucken, dass wir das irgendwie über Nachhilfe und dergleichen hinbekommen, dann ist die Gefahr riesengroß, dass die Schulabbrecherzahlen hochgehen, dass Leute schlechtere Abschlüsse schaffen, dass Kompetenz nicht erworben werden und das wird dazu führen, dass wir im Endeffekt schlechtere Lebenseinkommen, höhere Arbeitslosenquoten bei diesen Personen, die schlechter durchgekommen sind und dann würde man von Corona-Schuljahren sprechen und ich glaube, wenn man diese Abwägung mal, was ist eigentlich die Konsequenz, welche Alternative fährt, dann kann es eigentlich nur eine Antwort darauf geben. Kann nur eine Antwort darauf geben, eben unter der Prämisse, dass Corona nicht mehr allzu lange andauert. Das wissen wir alle nicht, wie lange dieser Zustand noch so andauern wird. Wir haben alle die große Hoffnung, dass durch die Impfung da eine Menge gewonnen wird, aber sicher wissen wir es auch nicht. Insofern, vielleicht müssen wir das Interview an späterer Stelle nochmal führen. Das war nur eine Momentaufnahme, was wir hier erörtern konnten, gemeinsam. Professor Massel-Helbig, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, auch die klaren Worte, die Sie gefunden haben, wenn Sie das ein oder andere Mal vielleicht auch den Pfad des strengen empirischen Bildungsforscher verlassen haben, aber ich denke, das tut der Diskussion ganz gut, dass Sie auch mit Ihrer Meinung nicht hinter den Berg gehalten haben. Vielen Dank. Bitte sehr. Danke. 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 Danke.